Jo Leute, das hier ist gerade ein ganz spontanes Video, weil es gab gerade ein kleines Update und wie ihr seht, es gibt einen neuen Spielmodus und ja, ich hab mir gedacht, ich hab das jetzt einfach mal auf, also ich hab das jetzt noch gar nicht gespielt und ja, mal gucken, was das denn so ist. Ich kann jetzt nichts mit dem Namen anfangen, Sturz hört sich so nach Get Down oder so an, aber ja, einfach mal schauen, ich würde sagen, okay, das sieht, okay, das sieht schon mal krass aus, ich glaube, das ist sowas wie Spiv oder so, ich hab keine Ahnung, ähm, Online-Spiel, äh, ja, dann würde ich mal sagen, Spiv, Schnee, ja, es ist glaube ich sogar Spiv, Schaufeln, Schneebälle, keine Ahnung, Ich lass jetzt einfach mal gemisch und erstell jetzt einfach mal, Alter, ist auf jeden Fall nice, ich hab mir jetzt nicht unbedingt so viel dabei gedacht, als jetzt ein neues Update kam, aber ist auf jeden Fall geil, okay, da oben ist auch irgendwas Neues, ich lade jetzt einfach mal ein paar Leute ein und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn es losgeht, bis gleich. So Leute, da bin ich auch wieder und es geht los, ich bin jetzt gerade immer gespannt, okay, es ist Spiv, Alter, ist das geil, ähm, ja, wir spielen gerade so zu weit, aber das, Alter, ist das geil, ne, Leute, Spiv, in Minecraft PS3 mit, äh, keine Ahnung, Commands hier, also, oh mein Gott, oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen, ist auf jeden Fall richtig nice, weil, ich meine, so ein bisschen Abwechslung tut ja auch mal gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja komm, nein, nein, so ein Mist, Alter, nie, okay, neue Map, aber das sieht geil aus, also, das muss ich echt sagen, ah lol, und die Leute können direkt beitreten, das ist also ziemlich geil geregelt eigentlich, Alter, ist das geil. Komm her, 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 oh, Leute, oh, nein, hab ich kein Skill oder was los, what the fuck, man, komm her, du, ja, das war jetzt easy, ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, muss ich mal echt dazu sagen. Ich hab, äh, ja, halt vor dem Update noch gedacht, dass irgendwie als nächstes Skywars oder sowas ähnliches kommt, aber das ist auf jeden Fall auch mal geil. Okay, hier ist sogar der TNT jetzt, komm her, ma, ja, okay, ist gut gefallen, easy peasy, oh, scheiße. Okay, es geht weiter, und ja, man kann auch irgendwie abstimmen, so zwischen Schneewellen und Schaufeln, das ist auch auf jeden Fall sehr geil, dann, ja, ich weiß nicht, das bringt einfach immer so viel Abwechslung rein und so, das macht einfach Bock, ja, das macht wirklich Bock. Also, ja, kann ich nur empfehlen, alter, wow, das ist auf jeden Fall aber auch schwierig, ist nicht so einfach, wie es aussieht, okay, den haben wir bekommen, easy, und wieder gewonnen. So, das war schon eine Runde, okay, anscheinend gibt es hier sehr viel neue Sachen, äh, Blöcke zerstören, Sprünge, ach, das sind die Statistiken. Ah, so, so läuft das, also, ja, ich kann es ja mal hier kurz, äh, zeigen, abstimmen, dann kann man hier so Schneebälle, ich nehme jetzt einfach mal Schneebälle, ist bestimmt auch witzig. Und, ja, dann sehen wir uns einfach gleich in der zweiten Runde, wir sind gleich, so, wir sind jetzt in der zweiten Runde und spielen jetzt mit Schneebällen, kann man mal machen, ne? So, wir sind jetzt, oh, scheiße, alter, das ist ja mal okay, komm her, komm her, komm her, oh, scheiße, uh, es ist sehr schwierig, okay, den haben wir bekommen, ja, keine Ahnung, warum wir jetzt so wenige sind, aber es macht einfach auch zu zweit schon Spaß und, ja, da haben wir auf jeden Fall einiges geleistet, Also, das ist nur, oh, lol, lol, es gibt noch eine Ebene, alles klar, muss ich ja noch, lol, da kommt das einfach mal noch eine Ebene, wie geil ist das denn? Komm her, komm, oh, nein, ey, genau in der Mitte runtergefallen, das gibt es nicht, komm her, Lol, man kriegt sogar, äh, Schaden durch die Welle, komm, easy, oh, fuck, uh, 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 komm das kriegen wir noch ein ah scheiße ok gg abwechslung ist auf jeden fall drin äh lol so der ist mal gefallen ich dachte ja grad komm her komm her ja nice ja komm ich gehe jetzt einfach runter zu ihm ja nice läuft auf jeden fall ich glaube im moment lieg ich in führung ich weiß nicht ob es jetzt ich glaube man kann gar nicht so wirklich gewinnen ich keine ahnung doch kann man glaube ich doch also man kann halt so die einzelnen runden gewinnen aber das gesamte spiel irgendwie glaube ich nicht komm her geht doch oh mein gott ok nein genau schon wieder in der mitte runtergefallen das gibt es nicht wie kann das passieren so wir sind jetzt in der dritte runde und sie jahre sind auch ein paar mehr spieler ok er ist einfach mal komisch und oh mein gott oh mein gott oh mein gott alter ich werde schon wieder fast in der mitte runter gefallen so der hier den kriegen wir aber ja easy so wo ist denn der andere ist irgendwo da oben da ist er da ist er oh den kriegen wir aber oh mein gott ich habe angst dass der mir hier unter mir den drucken weg macht komm her jetzt oh alter da darf ich den jetzt aber weg hä lol komm fall runter ja geht man fall runter man ja geht doch ok nice ich habe gewonnen das war jetzt eigentlich einfach ja anscheinend gibt es auch irgendwie neue tipps da unten wie ich es gerade gesehen habe keine ahnung ja und ich glaube ich gehe auch gleich mal einfach mal in irgendeine ganz normale welt vielleicht gibt es ja neue blöcke ich habe keine ahnung habe ich alles noch gar nicht nachgeguckt natürlich erstmal hier das als erstes angezockt mit euch ach jetzt komm her nein 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 ok ich bin verloren nein ich bin nicht verloren moment mal das kann ich mal ausnutzen ja oh jetzt muss ich aber aufpassen einfach ich habe keine ahnung wo ich hinwerfe ich werfe einfach da rein bis die unteren runterfallen oh oh scheiße war das knapp ja nein lol ich habe einfach trotzdem noch gewonnen lol lassen wir mal richtig knapp alter kina ist es noch einer digga guck mal wie die einfach direkt mal niemand anders oh mein gott oh mein gott oh mein gott alter dieses team oh alter das team t ne oh mein gott komm her ja nice jetzt muss ich eigentlich nur noch hier überleben außer da oben ist einer ich denke mal aber nicht ne kann sein der nämlich da unten noch ist ja nice easy alter wie oft habe ich ihn jetzt bestimmt schon gewonnen okay das war es anscheinend schon mit vorne dann würde ich sagen das war es auch schon mit dem video wie gesagt das war jetzt ganz spontan also mein fazit ist zu dem spielmodus brauche ich nicht viel sagen es ist einfach geil es ist abwechslung und lohnt sich auf jeden fall mal anzuzocken und dann würde ich sagen das war es mit dem video lasst ein like dann wenn es euch gefallen hat und ja tschau